Dieses Video wird unterstützt von GetInIT. Wenn ihr euren Traum verwirklichen wollt und selbst als professioneller Spieleentwickler oder in einem anderen Feld der IT arbeiten wollt, dann klickt da definitiv mal rein und schaut am Ende des Videos nochmal vorbei. Dort zeige ich euch noch ein paar mehr Details. Bis dann. Hallo zusammen und herzlich willkommen zurück zu 3JS. Heute wollen wir diesen furchtbar leeren Raum hier, diesen schwarzen, leeren, tristen Raum endlich mit Objekten füllen. Und diese Objekte werden natürlich erstmal im Code erzeugt. Und ja, genau das wollen wir jetzt tun. Wir wechseln wieder in unseren Editor und nein, ich möchte jetzt gerade nicht patchen. Vielen Dank. Und wir wollen natürlich jetzt ein neues Objekt hinzufügen. Und dazu müssen wir erstmal ein neues Objekt generieren. Und das machen wir in einer neuen Funktion, die wir einfach Generate Box nennen. So, und diese Box, ja die, was machen wir mit der? Also zunächst einmal, wir wollen eine Box bauen. Und diese Box braucht erstmal einiges. Denn eine Box ist zunächst einmal nicht nur eine Box, sondern erstens mal die Box, also die Geometrie sozusagen, die bauen wir uns mit einer Geo-Variable zum Beispiel ist gleich New3.Box, schade, das funktioniert nicht, BoxGeometry. Und ja, da müssen wir jetzt angeben, wie breit das Ding ist, wie hoch das Ding ist und wie tief es ist. Das heißt, eine Breite, eine Width, eine Höhe und eine Tiefe, d wie Depth. Okay, und hier können wir das Ganze natürlich einfach als Variablen übergeben, weil wir sind hier in einer Funktion. Und wie gesagt, wir rufen diese Funktion einfach nur auf, wenn wir diese Box bauen wollen. So, jetzt haben wir nur die Geometrie. Jetzt hat das Ding aber immer noch keine Farbe oder überhaupt einen Look. Und das Ding ist, solche Looks werden nicht nur durch einfache Farben oder sowas definiert, sondern sie werden durch richtige Materialien definiert. Und diese Materialien, die könnt ihr euch folgendermaßen vorstellen. Zunächst einmal besteht ein Material aus einer Farbe. Dann gibt es aber auch noch weitere Komponenten, wie zum Beispiel Reflektion. Also wie stark reflektierend ist ein Material? 100% reflektieren wäre sowas wie ein Spiegel zum Beispiel. Aber es gibt auch Sachen, die nur ein kleines bisschen reflektieren. Nehmt zum Beispiel euren Handybildschirm. Der reflektiert auch ein kleines bisschen. Das nächste wäre dann, wie rau ist ein Objekt? Und so weiter und so fort. All das wollen wir uns später nochmal genauer angucken. Jetzt wollen wir hier erstmal nur ein grundlegendes Material bauen. Und das machen wir, indem wir hier ein New 3.MeshBasic Material nehmen. Es gibt natürlich noch Material. Es gibt natürlich noch sehr viele mehr Materialien, aber die wollen wir hier erstmal noch nicht behandeln. Wir wollen einfach nur ein leeres Objekt oder nicht leeres Objekt. Wir wollen irgendein Objekt in den Raum reinstellen. Und in dem Fall machen wir unser Objekt einfach mal weiß. Jetzt ein ganz kurzer Exkurs nochmal zu Farben. Und zwar Farben sehen folgendermaßen aus. Die ersten zwei Ziffern ist der Rotanteil, danach kommt der Grünanteil, R, G und dann kommt B, also der Blauanteil. RGB-Farben sind vielleicht jedem ein Begriff. R, G und B. Und das Maximale ist F, F. Also das ist wirklich alles auf An. Und wenn man alles auf An stellt, dann hat man einfach weiß. So, dieses MeshBasic Material ist so basic, dass es noch nicht mal von Beleuchtung betroffen ist. Das heißt, wir brauchen noch keine Lichtquellen. Das können wir dann auf irgendwann später verschieben. Und ja, dann können wir hier ein Mesh daraus bilden. Also ein Mesh ist quasi die Geometrie plus Material. Und das ist quasi das, was ein Mesh ausmacht. So, das heißt, wir sagen hier New 3.Mesh. Und dieses Mesh besteht natürlich aus der Geo und dem Mat. Ja, so. Und das sind jetzt die beiden Dinge, die unsere Box ausmachen. Das heißt, wir müssen jetzt natürlich noch unsere Box zurückgeben. Also return Mesh. So. Und dann haben wir eine Box generiert. Okay, wunderbar. Jetzt müssen wir diese Box noch irgendwie in den Code reinbekommen. Also hier in diese Szene irgendwie reinbekommen. Und nun ja, wie soll ich sagen, das ist super, super easy. Wir fügen die einfach in die Szene hinzu. Das heißt, wir sagen hier Scene.add. Und dann können wir einfach hier eine Box hinzufügen. Das heißt, wir müssen hier Generate Box aufrufen. Generate Box. Und zwar mit irgendwelchen Koordinaten. In dem Fall mache ich sie jetzt einfach mal 1 auf 1 auf 1 groß. Und schon haben wir eine neue Box in unserer Szene. Super easy eigentlich. Ja, und damit sind wir eigentlich so weit, dass wir eine Szene haben. Aber wenn wir jetzt das Ding aufmachen. Und Achtung, das ist kein Fehler unsererseits. Wenn wir diese Szene aufmachen, sehen wir immer noch nichts. Und das liegt ganz einfach daran, dass hier nichts zu sehen ist. Denn was hier passiert ist folgendes. Wir gucken gerade aus. Aber wir, also wenn wir ein neues Objekt platzieren, dann ist dieses Objekt auch automatisch anstelle 0, 0, 0. Und wir haben aktuell exakt zwei Objekte in unserem Code. Nämlich einmal diese wundervolle Box, die zwar die Größe 1, 1, 1 hat. Also quasi Breite, Tiefe und Höhe 1 jeweils. Aber es ist an dem Ort 0, 0, 0. Also an quasi dem Ursprung. Es ist wie so ein Koordinatensystem. Und die Kamera ist genau an demselben Punkt. Das heißt, wenn ich jetzt das Ganze hier ein bisschen verschiebe, dann kann ich tatsächlich hergehen und sagen, okay, ich sehe jetzt auch wirklich was. So, das heißt, lasst uns die Box doch einfach mal verschieben. Und das mache ich jetzt, indem ich hier tatsächlich hergehe und das ganze Ding hier als Box benenne. Dann sagen wir hier, war Box ist gleich. Und jetzt haben wir diese Box. So, was wir jetzt hier mit der Box machen, ist, wir sagen, wir wollen die noch ein kleines bisschen verschieben. So, und das machen wir, indem wir hier einfach hergehen, dieser Box sagen, sie soll sich bitte mal verschieben. Jetzt ist das nicht ganz so eindeutig, wie das eigentlich verschiebt. Ich werde jetzt hier mal ganz kurz reinschreiben und zwar Translate Z. Und dann werde ich hier einfach mal Minus 5 eingeben. Und dann werden wir gleich sehen, was hier genau passiert. Wenn wir jetzt das hier aktualisieren, dann sehen wir hier eine weiße Box, die einfach, naja, im Endeffekt ein Quadrat ist. Aber eigentlich ist das ein dreidimensionales Objekt. Wir sehen halt wirklich nur eine Seite davon. Und ja, das ist auch tatsächlich das, was jetzt hier passiert ist. Wir haben ihre Z-Achse um Minus 5 in eine Richtung verschoben. Jetzt denkt ihr erstmal, warum Minus 5, warum Z-Achse, was ist das eigentlich? Lasst mich euch das ganz kurz demonstrieren. Wir haben hier unter freejs.org slash Editor einen wirklich schönen 3D-Editor, den wir quasi hier uns angucken können. Und hier wird das auch eigentlich relativ gut aufgezeigt. Und zwar, wenn ich jetzt hier eine Box einfüge. Nehmen wir jetzt einfach mal diese Box hier. Und die ist an 0, 0, 0. Ja, die Position hier ist 0, 0, 0. Man kann hier auch noch rotieren. Man kann sie auch noch skalieren. Das heißt, wie groß das ganze Ding ist. Man kann sogar sagen, sie ist nicht mehr sichtbar. Und so weiter und so fort. Und wenn jetzt meine Kamera, also das Ding hier, auch an 0, 0, 0 ist. Also ihr seht, jetzt ist gerade meine Kamera an 0, 5 und 10. Aber ich kann natürlich auch meine Kamera hier einfach drehen. Und wenn ich jetzt aber meine Kamera hier mit einer Rotation von 0, ups, das ist ein bisschen schief, von 0 und von 0 mache. Ja. Und sie dann auch noch anstelle 0, 0, 0 setze. Dann sehe ich exakt gar nichts mehr. Weil der Block ist im Endeffekt im Weg. Ich sehe einfach quasi nicht mehr geradeaus. Während wenn ich jetzt hier meine Kamera in Z-Achse ein kleines bisschen nach vorne schiebe, dann kriege ich hier erstmal den fetten Block. Und dann kann ich immer weiter weg gehen. Und dann schiebt sich der Block weiter weg. Aber ich gucke eben von einer einzigen Seite drauf. Und das ist ein bisschen seltsam. Deswegen lasst uns mit der Kamera ein kleines bisschen höher gehen. Und lasst uns mit der Kamera auch nach unten gucken. Und lasst uns vielleicht mit der Kamera auch so ein bisschen zur Seite schwenken. Okay, das vielleicht nicht. Und dann lasst uns hier zur Seite gehen. Und dann können wir hier noch ein bisschen reinschwenken. So sehen wir dann tatsächlich mal was Dreidimensionales. So, aber ihr seht, das ist gar nicht so einfach, dass man da auch wirklich sein Objekt trifft, was man da gerade möchte. Und deswegen gibt es eine tolle Methode in der Kamera, mit der man das auch machen kann. Also wir setzen unsere Kamera jetzt mal auf minus, wobei wir haben den Block verschoben. Wir haben den Block hier verschoben, also besser gesagt die Box. Und zwar auf minus 5. So, und ja, das im Endeffekt, das sieht dann so aus. Das heißt, wir schieben den auf eine Achse. Und die Kamera, die guckt standardmäßig immer in eine Richtung. Ich will das euch mal ganz kurz hier auch demonstrieren mit einer Kamera. Die perspektivische Kamera. So, die sitzt automatisch auch an 0,0,0. Und die guckt immer in eine Richtung. Und ihr seht, was hier eigentlich so der Punkt ist, den die Kamera sehen kann. Ups, jetzt habe ich sie verschoben. So, die Kamera guckt immer so nach vorne. Diese gelben Strahlen zeigen im Endeffekt, was sie alles sehen kann. Und das ist, sorry, das ist gar nicht so einfach hier. Das zu treffen, was man auch wirklich sehen möchte. Und dann auch noch irgendwie interessant darzustellen. Und ja, deswegen müssen wir die Kamera jetzt vielleicht ein bisschen nach oben schieben. Und dann ein bisschen nach unten neigen, indem wir eine wunderbare Funktion verwenden, die Look At heißt. Das heißt, lasst uns die Kamera noch verschieben. Das machen wir, ups, das machen wir natürlich hier, indem wir sagen, die Kameraposition, Kamera, Punkt, Position. Und lasst mich noch mal ganz kurz hier zurückgehen. Wir müssen hier nämlich noch kurz eine Sache mit Ebenen klären. Also hier, das ist im Endeffekt die Y-Achse. Ihr seht, dieser Wert hier ändert sich. Das ist die Y-Achse in eurem Koordinatensystem. Die X-Achse in eurem Koordinatensystem ist rechts, links. Und die Z-Achse ist nach vorne und nach hinten. So, und das ist im Endeffekt der Punkt, den wir hier verändern können mit der Position. Die Rotation ist wiederum was anderes. Das ist quasi wie die Kamera geneigt ist. Also all diese Werte könnt ihr dann im Code euch verändern. Und ja, das macht man in Spielen eigentlich immer so. Das heißt, ihr könnt hier mit der X-Achse die Kamera irgendwie verschieben. Das wollen wir in dem Fall jetzt gar nicht machen. Also wir sagen einfach, die X-Achse soll 0 sein von der Kamera. Dann soll die Y-Achse von der Kamera mit 5 sein. Also ein bisschen nach oben verschoben sein. Und danach soll die Position der Z-Achse auch 0 bleiben. Das ist okay so. Das wollen wir nicht verändern. Wobei doch, lasst uns das ein bisschen verändern. Dann sieht es ein bisschen interessanter aus. Dann gucken wir so von der Seite drauf. Hier sagen wir auch, es ist 1. Und dann sagen wir, jetzt wollen wir die Kamera noch genau so rotieren, dass sie auch wirklich auf unsere Box zugreift. So, erinnert euch, die Box wird generiert an der Stelle 0, 0, 0. Dann sagen wir hier, wir verschieben sie auf Z-Ebene um minus 5. Das heißt, die Box ist danach auf 0, 0, minus 5. Das heißt, die Kamera soll bitte genau auf 0, 0, minus 5 gucken. Damit sie eben die Box angucken kann. Also sagen wir hier, camera.lookat. Und jetzt bauen wir uns hier einen neuen Free.js Vector. Das heißt, free.vector3, weil er drei Dimensionen hat. Es gibt auch zwei- oder vierdimensionale Vektoren, aber wir brauchen hier einen dreidimensionalen. 0, 0, minus 5. Ja, und damit gucken wir genau auf den Würfel drauf. So, wenn wir jetzt das aktualisieren, dann sehen wir hier diesen weißen Würfel aus einem interessanteren Blickwinkel als davor. Wir sehen halt tatsächlich, dass es wahrscheinlich zumindest ein dreidimensionaler Würfel ist. Aber wir sehen hier immer noch ekelhaftes, das Aliasing. Und wir sehen hier überhaupt keine Kanten, weil das Ding einfach nur komplett weiß ist. Kanten entstehen erst dann, wenn man Licht hinzufügt. Und das müssen wir noch machen. Außerdem müssen wir natürlich noch irgendwie interessantere Dinge als einfach nur einen Würfel reinbringen in diese Szene. Und ja, aber als kleine Basic-Scene passt das schon mal ganz gut, würde ich sagen. Okay. Und wenn ihr sagt, Mensch, ich will in diesem Bereich später mal arbeiten oder jetzt am besten direkt mal arbeiten, dann schaut euch auf jeden Fall Get in IT an. Dort gibt es mittlerweile über 4.500 IT-Jobs von wirklich sehr, sehr geilen Firmen, auch für die ich natürlich auch arbeiten wollen würde, wenn ich nicht für euch komplett da sein möchte. Und ja, die bewerben sich sogar bei euch. Das heißt, ihr müsst nicht mal Bewerbungen schreiben, sondern die Firmen bewerben sich bei euch und ihr werdet dann gematcht und ja, könnt dann dort quasi direkt anfangen. Natürlich nicht nur im Game Design, sondern in jedem Bereich der IT. Aber da wir gerade Game Design machen sozusagen für den Browser, ist das natürlich auch eine super Gelegenheit für euch. So, einfach hier auf Profil bearbeiten gehen. Das Ganze ist natürlich komplett kostenlos für euch und ihr könnt euch da anmelden, kostet euch gar nichts und dann einfach hier angeben, was ihr wirklich alles könnt. Wir haben ja schon mal ein Sponsoring gemacht. Das heißt hier React.js, TypeScript, Python und Machine Learning haben wir alles schon gemacht. Und ja, jetzt sagen wir einfach mal, Mensch, nach dieser Serie können wir natürlich noch Free.js hier absolut perfekt und dann natürlich nicht nur auf einer 3 von 5, sondern auf einer soliden 5 von 5 und dann können wir auch im Free.js Bereich einen Job finden. So, dann natürlich noch die Sprachen einstellen, Perspektiven, Studium, Ausbildung und Praxiserfahrung und Lebenslauf. Und wenn ihr wirklich euer Profil komplett ausgefüllt habt, was ihr hier oben an den wunderschönen Diamanten seht, dann könnt ihr wirklich erwarten, dass einige Firmen sich bei euch bewerben werden. Das ist nämlich auch so gewesen bei unseren bisherigen Sponsorings. Dort haben tatsächlich 80% der Leute, die sich über meinen Link angemeldet haben und ihr Profil komplett ausgefüllt haben, ein Jobangebot bekommen. Und ich glaube, das allein ist schon Motivation genug, das zu tun. Und ja, in dem Sinne wünsche ich euch viel Spaß beim Lernen, wünsche ich euch viel Spaß beim Jobsuchen beziehungsweise gesucht werden und wir hören uns wieder beim nächsten Mal. Bis dann. Ciao.